drei gründe warum du deine hochzeit im frühling feiern solltest nummer eins das licht für mich als fotografen ist nicht natürlich unheimlich wichtig und gerade im frühling ist das licht noch nicht so kräftig wie im hochsommer und so kann man den ganzen tag schöne plätze für gute fotos finden nummer zwei die blumen jeder weiß dass im frühling alles blüht und natürlich ist dort auch die blumen vielfalt am höchsten so dass ihr euren wunsch draus am leichtesten bekommen könnt und natürlich nummer drei das wetter gerade im frühling ist es noch nicht so heiß wie im hochsommer und auch nicht mehr so kalt wie im winter nicht so windig wie im herbst das heißt ihr habt ideale temperaturen für eure hochzeit für mehr tipps folgt mir einfach